ein herzliches willkommen zurück zu fernbussimulator ich mit mir zusammen ich bin der dennis spitters wir stehen hier weiterhin auf unserem rastplatz wo wir letztens angehalten haben mit unserem flix bus auf der fahrt von berlin nach potsdam beziehungsweise nach magdeburg und ich würde sagen gerast geruht haben wir genug wir können weiter fahren und ich würde sagen wir gehen in den bus ist ja so setzen uns in den bus ja und würde sagen wir fahren weiter auf geht's so so wir haben jetzt noch 64 kilometer zu fahren und sollten trotz der pause um 12 und 9 ankommen also noch circa eine stunde so 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 wunderschön so 102 fahren wir von 100 das ist glaube ich noch im rahmen magdeburg gehe gleich rechts ab ich muss hier schon mal einordnen so 80 ich bin ein bisschen entschleudern gekommen so ey spinnst du Ja, der da. Der hat mich voll abgedrängt. So. Halbe Stunde fahren wir noch. Ticker haben wir jetzt noch 25 Kilometer. Wir müssen jetzt hier runter. Was ist denn jetzt los? Mein Gott. Sorry Leute. Grün. Das heißt, wir fahren hier rum. Hier rum. So. So. Ein bisschen zu schnell. So, dann geht es auf der Landstraße weiter. Schaut euch mal diese Gegend hier an. Wunderschön, oder? Wo sind wir denn hier? Schon wieder Mad-Ex. Ach du Scheiße. Polizei. Muss rüber. Lässt du mich rüber? Danke. Genau, fahrt ihr einfach mal links. Und tschüss. Oder muss ich jetzt links? Ach, werden wir gleich sehen. Zur Not muss ich da nochmal rüberziehen. Okay. Ich glaube, ich muss echt links. Da fahren wir jetzt mal verbotenerweise links. Ist nicht ganz hasenrein, aber egal. Kommt ja keiner. So. So. Wir sind übrigens schon in Magdeburg. Jetzt noch drei Kilometer. Ist zum Ziel. Jetzt müssen wir wieder links. Und da ist unsere Haltestelle. Magdeburg. Ja. Magdeburg. Ja. Magdeburg. Ich gehe in den Bus. Wie beende ich das jetzt? Bus kontrollieren. Alles soweit sauber. Ja. 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 Was passiert jetzt? So. Was passiert jetzt? ray. Wie beendet man das? Ja. Wie beendet man das? Aha. Errungenschaft freigeschaltet. Testfahrt. Sehr schön. Ökonomie. Fahrgäste transportiert. 9 von 9. Plus 10. Verkaufte Tickets. 0. Ungültige Tickets eingecheckt. Verkauft. 1. Und haben wir minus 5 Punkte. Abgeschlossene Stopps. 2. Plus 10. Kontakt mit Zentrale. 0. Tanken. 0. Plus 5. Und tanken nicht leer. Gefahren. Plus 5. Gefahrene Kilometer. 185. Da haben wir 264 EP. Total 264 EP. Gut, dann gehen wir mal auf Fortsetzen. Ja, das war es soweit, glaube ich. Können wir jetzt wieder auf Hauptmenü gehen. Fortsetzen können wir nicht. Dann würde ich sagen, wir können jetzt eine neue Route planen. Von Magdeburg aus. In Magdeburg. Äh. 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 Können wir jetzt noch bis Wolfsburg fahren oder Braunschweig oder bis Halle Leipzig. Mit 61 Kilometer. Und dann von Leipzig wieder nach Berlin. Machen wir das, speichern wir das. Schick mal eben die Passagiere ein. Wo ist denn der Gepäckraum? Ach ja, den muss ich ja als erstes mal öffnen. Äh. Äh. So. Zack. Äh. Moin. Das Ticket, bitteschön. So. Die möchte nach Berlin. Richtig. Sie möchte nach Berlin. Cool. So. Er, ne, sie möchte nach Leipzig. Stimmt. Er möchte Berlin Zopp. Ab Magdeburg. Ab Magdeburg Berlin. Ja. Richtig. Äh. Guten Tag. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Stimmt. Äh. Wen haben wir denn jetzt noch über... Da. Nehmen wir den Herrn. Salü. Das Ticket. Sehr freu dich. Moin. Sie wollen mich hier freuen. Stimmt. Tag. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Auf geht's. Ja, bist du. Salü. Sie wollen ciao. Leipzig. Stimmt. So. Wen hab ich denn jetzt noch? Noch zwei Leute. Er hier. Mahlzeit. Hier. Leipzig. Stimmt. Und du möchtest nach. Berlin Zopp. Cool. Wunderbar. Ja, sehr schön. Damit haben wir alle. Machen wir die Düsen hier zu. Jetzt müssen wir sich die Klappen. Ah. Dann würde ich sagen gehen wir in den Bus. Machen aber folgendes. So. Speichern wir das hier erstmal. So. Haben wir das jetzt gespeichert. Ja. So. Gecheckt haben wir alle. Gut. Dann würde ich sagen. zurück zum Spiel. Würde ich sagen bis Berlin fahren wir noch. Und dann die Route bis nach Leipzig machen wir ein anderes Mal. Wenn es sich eh nicht Schau. So. So. Schau. So, jetzt hier rechts. Na komm schon, nicht grün. Geht doch. Ach, die Ampeln. Ach, die Ampeln. Vielleicht werde ich auch als nächstes da mal realistisch fahren statt Arcade. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ich das hinbekomme. Weil ich möchte ja doch schon alle Funktionen selber ausprobieren hier. Ups. Das war rot. Das grün, okay. Hey, hey, hey. Ach. Wie kriegt man den an? Gar nicht. Wie kriegt man die Ampeln? 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 So, dann fahren wir auch gleich wieder auf die Autobahn. Wie kriegt man die Ampeln? 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 Vielen Dank. Mein Gott, die Bremse ist aber auch stark. Na komm. Hm. Ab auf die Autobahn. Na ba. Tempo macht mir jetzt noch geil. Und dann geht's. Ah, ein Kollege. Da kam mir gerade der Kollege entgegen. Wunderbar. Da kam mir gerade der Kollege entgegen. Ach, wir fahren jetzt nonstop nach Leipzig oder wie? Oder fahren wir in Berlin? Halten wir in Berlin an? Gute Frage. Gute Frage. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da muss ich mich echt noch reinfuchsen Wieder ein Kollege Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ist das eigentlich? Muss der Bus Mord bezahlen? Also der Busfahrer? Beziehungsweise das Busunternehmen? Wie schwer ist so ein Bus? Zählt er über 7,5 Tonnen? Oder ist er noch da drunter? Schreibt es gerne in die Kommentare Ach nee, wir fahren ja erst Leipzig, dann Berlin Genau Fahr von Markteburg nach Leipzig und vor Leipzig nach Berlin Genau so war es Darum fahren wir jetzt noch Ja, ja, passt schon Alles gut Alles gut So, wir fahren hier ab gleich Mal blinker Alle Saale Oder alle an der Saale So Also Untertitelung des ZDF, 2020 So Du spinnst doch wohl, Kollege Ja, da kann ich aber nun wirklich nichts für Ich war schon auf der Bahn drauf, da fährt der mir voll rein, der voll Idiote Okay 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 Was? So, links. Ach, mein Gott. Auf der einen Taste besonders feste Drücksamen. Was sieht das? Heute die Vögel, sehr schön, oder? Wunderbar. Wunderbar, danke Ampel. So sieht man ein Riesenrad. Ein Riesenrad in Leipzig. Oder nahe Leipzig. Noch sind wir ja nicht da. Wo bin ich denn hier? Wer kann das erkennen? Wo bin ich hier? Hopp-Bahnhof, Zopp. Habt das gelesen geradeaus? Fahren wir jetzt zum Leipziger Hopp-Bahnhof. Wunderbar. Wo ich eh noch hin will. Nächstes Jahr. Da kommt schon. Ich hätte jetzt auch nicht mehr bremsen können. Oh, die Laterne ist weg. Höfst 아래er. Häufst du fisch! Oder wir können hier auf der Nähein. Höfst blöde. Höfst Aus Papenhof Dass緒 fisch! Höfst blöde. Deine Kleine. Höfst Von Böhmhof. Höfst sentimental趾. Weißt, blöde! Glöde! Höfst圭lich. Höfst Albessel. Ensимер Wilhelm liefst. Höfst mentallyват Profi- Höfst. So, noch vier Kilometer. Der Rechtsüberholen verboten, du verlorst. So, dann war Leipzig auch gleich freigeschaltet, wunderbar. So, noch vier Kilometer. Du hast doch ein Ei am Wandern. Du siehst doch, dass ich hier rein will. Ich brauche ein bisschen mehr an Auslaufen. So, noch vier Kilometer. So, noch vier Kilometer. So, Passagiere einchecken. So, du willst nach? Ja, ich muss ja erst mal wieder klappenlos machen. So, dann kann es losgehen. Guten Tag allerseits, einmal von Leipzig nach Berlin. Fangen wir mal mit Ihnen an. Berlin. Berlin. Passt. Dann Sie. Berlin. Passt. Dann Sie. Berlin. Passt. Dann Sie. Nichts darüber. Du willst anscheinend nicht mehr. So gut. Dann nehmen wir dich. Berlin. Hier hat auch nichts. Dann nehmen wir ihn hier. Berlin. Leipzig Berlin. Dann er. Bestimmt auch. So. Sie noch. Hallo. Ist das gültig? Ja, ist gültig. Danke sehr. So. Wer möchte denn noch mitfahren? Alle anderen möchten nicht? Gut. Dann machen wir die Klappen wieder dicht. So. Und dann würde ich sagen, was das erst mal, die Fahrt nach Berlin, seht ihr dann in einem anderen Video. Ähm. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Ähm. Passt auf euch auf. Haut rein. Ähm. Habt noch eine schöne Woche. Ähm. Ihr hört mich dann in einem anderen Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Servus. Und tschüss. Euer TheDanny Spieters. Bye bye.